Soll ich heilen? Ja Okay Uh da kommt er Lass da ein bisschen zurück gehen Das ging einfach So die Frage ist prügeln wir uns jetzt durch oder laufen wir durch? Ähm, hast du den Schlüssel bekommen oder? Du kriegst hier keinen Schlüssel Du kriegst hier keinen Schlüssel Was droppen denn die? Droppen die sinnvolle Sachen? Nö Okay, dann lass durchlaufen Okay Hackel, lehrt einfach Firefox runter Darf ich denn aus? Also Vorsicht da hinten am Tunnel, Ende sind wieder Ratten, gell? Jop Ich weiß mal nicht Scheiß Ratte Oh da kommt noch mehr Scheiße Oh da kommt noch mehr Scheiße Das ist noch mal eine Ratte Hier Kommt ihr klar? Ja Ja Oh mein Gott, Alter Das ist eigentlich ein Prügel hier drin, hey, deck mich am Sack Oh fuck, sorry, jetzt gehör ich jetzt hin Oh fuck Machst du Scheiße, ey Verweck doch, du musst fiehen Ach du Scheiße, ey, verweck doch, du musst fiehen Oh Mann Oh Mann, das Ding immer in der Wand packt Blödes Mistvieh Okay, okay, einer lebt noch Zwei leben noch Oh, da kommt noch Oh, da kommt noch einer, alter So, einer noch Ah, der ist auch noch So, dann hätten wir die mal geschafft Mal erst mal ausruhen hier Jop Ach du weißt, die kille ich ja immer alle Ratten Bevor ich hier reingehe Ich wollte nur, ich dachte nur, wenn wir zu dritt sind, das ist ja kein Ding Ja Naja, einer ist der Fackelbimbo, der andere heult Der ganz wichtig ist, dass du immer einen Fackelbimbo Und wenn du keinen Fackelbimbo hast, musst du mit einer Einhandwaffe reingehen Das tut halt weh Ja So, alle wieder fit? Jo Lass mal weiter gehen So, dann gehen wir jetzt hier längs Woher wieder ein Fackelbimbo Woher greift denn der mich jetzt nicht an? Greift mich an, du Spaß Köpfe könnt ihr immer mitnehmen Oh, da ist der zweite Oh, da ist der zweite Ähm Denk dann weiter vorne musst du dann aufpassen, ne? Also Wartek, bleib mal hinter mir Ja Also Wartek, bleib mal hinter mir Ah genau, hier sind wir noch richtig Nicht weiter, nicht, 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 nicht davor gehen erstmal Ja Dann placen wir hier mal so ein Campfire da hinten oder so Jetzt können wir mal eine nach den anderen Pullen Also erstmal kurz hinlegen Okay Ja, ich kenn das eh, weil ich schon mal mit dir herunten spitz Ja, das du ruhig mal guckst, dann hast du halt gleich Kumpf am Arsch oder so Soll ich zuerst rumgucken schon, oder? Jo Ich bin noch der Torweg Ja Manuel, komm Okay, wir warten, wir sind hier Ja, wir warten da Ja, wir warten da So, mal gucken So, mal gucken Okay, der ist eh gleich tot Was weiterkommt Oh, wie super, der ist so rum, alter Oh